Hallo zusammen da sind wir wieder in Dimensionz. Hier immer noch ein Hochsicherheitstrakt Hoffnungskerga. Ich kann euch sagen, ich bin da rumgeirrt wie so ein Märche. Jetzt habe ich zufällig Hoffnungskerga B9 hier einen Schlüssel gefunden E1 für die Zelle und E1 für die Kerga. Oben sitzt Frege und Riedel irgendwo. Riedel, Frege weiß ich jetzt. Der will auch raus. Kann ich den jetzt doch rauslassen? Mit dem Schlüssel? Nein, nein. Doch, das ist ja eine Zelle. Warte, wo bin ich denn hergekommen? Nein, da bin ich hergekommen. Da müsst ihr Frege sitzen. Oh, Gott der Leid ist das verwirrend. Bist du sicher, dass du Frege sitzt? Da müsste das sein, irgendwo. Oder? Oh je, ich war doch eben gerade bei Frege. Da war es doch noch außen, unten, innen. Oh je, nein. Da haben sie etwas gemacht. Was da, was? Da war es? Da, ja. Ne, da ne. Da, da habe ich meine Markierung. Hallo Frege, warte mal. Scheint, also das ist der falsche. Okay. Dann werden wir zur Riedel auch nicht kommen. Okay, langsam. Jetzt müssten wir wenigstens da weiterkommen, oder nicht? Da vielleicht aufmachen. Ne, komm, das gibt es doch nicht, ja. Da auch nicht. Aber was habe ich nicht, habe ich jetzt die Schlüssel nicht eingesammelt? Moment, 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 jetzt bin ich verwirrt. Auch verschlossen. Sag mal, ich habe doch die Schlüssel. E1, E3, wo bin ich jetzt? E1 ist unten, dann gehen wir weiter unten, da war ich ja schon. Wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht aufmachen kannst. Da, Hoffnungskerker. Okay, dann haben wir halt so für hier jetzt, ach, für die Zelle. Zellenschlüssen, aha. Da bist du eng hier. Oh je. Aha. Unbekannter Krieger wieder. Leer. Unbekannt und leer. Halt, was du für den, du warst noch nicht. Aber wir sind immer noch nicht ganz, oder? Was? Wo? Achtung, guck mal. War nichts, ne? Einzelzelle sind das. Oh! Weg hier. Wieso sind die jetzt, halt, was war das? Außerhalb von der Zelle? Ich meine, müssen die nicht innerhalb sein. Klares Wasser, äh, ja. Irgendwas müssen sie ja neu legen. Ich bin ja froh, dass sie überhaupt was neu legen. Da, warte mal, was steht denn da? West E1, dann kommt er über Ost E1. Da läuft auch keiner rum. Irgendwer, der sagt, hallo, du hast hier nichts zu suchen. Silberarmreifen. Was ist das? Drachenschild, Lamellenbeinschen, Lamellenpanzer. Oh je, das kriege ich jetzt. Was ist das, Silberarmband? Was war denn das jetzt? Ist das was zum Essen? Ne, ne? Da, Silberarmreifen. Typ A, was machen denn die? Gewicht, 0,5. Ne, gut, für was sind denn die? Was soll denn das so? Elegante silberne Armbänder, die eine ebenso elegante Tracht ergänzen. Mit Gewissheit gehörten sie einer adeligen Tochter. Gewähren dem Träger mehr Seelen von getöteten Feinden, möglicherweise aufgrund ihrer unvorstellbaren Kosten. Ah, nein, warten Sie mal, das ist rüstig aus, oder? Die sind doch nicht so schwer, komm mal. Ja, die anderen sind ja auch nicht schwer, ja. Mehr Seelen gibt es da, oder Ruhnen, ne, Seelen. Okay. Dann noch ein Schlüsselbrett, oh, Gott der Leid bin ich da rumgeirrt in dem Ding. Aufnehmen. Da sind wir. Aha, unbekannte Kriegersäle. Okay. Da, nichts drin. Klasse. Ja, aber es muss doch dann auch, wenn es jetzt, irgendwo muss es doch dann auch weitergehen, oder nicht? Da sind wir dann, ne, da geht es weiter, guck mal. Pass auf, Block. Aha. Da, die Eugegraben in den Töpfen. Da, 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 ja. Achtung, was ist das? Wow. Oh, Gott der Leid. What's that? Das ist der Zellentraktwächter. Was war das? Magie, gell? Oder sowas. Das ist der Zellentraktwächter. Das ist der Zellentraktwächter. Das ist der Zellentraktwächter. Was ist das? Oh je, oh je. 46. Ich kann halt nicht so viel drauf, dann hätte ich mehr Sachen mitgenommen. Oder mit dem Bogen. Kann man denn mit dem Bogen mal gucken? Ist der harmlos? Ja, der ist alles andere als harmlos. Was geht eigentlich? Warte wohl, das machen wir gefahrlos. Okay. Langsam. Nicht, dass da so ein Bruder noch dabei gehabt hat und irgendwo da rumliegt oder rumhängt. Es gibt schon ein bisschen Progress jetzt. Da, komm mal. Moment mal. So sind wir ruhig gekommen und so. Außerum. Ach so. Warte mal, leg da mal so so Dinge hier. Dass es da nicht noch einmal da so auch gibt. Warte mal, leg da mal so so Dinge hier, dass es da nicht noch einmal da so auch gibt. Jetzt sind wir aber unten, oder? Altes Gewürz. Aha. Wer ist das? Scheint ihr überleben, dass das so ist. War das die kranke Schwester da unten, oder? Ich trau denen nicht, oder? Irgendwann kommen die da raus gehobbelt und... So. Achtung. Wie rum? Ich würde zwar mal laufen, da ein Stückchen entlang. Vielleicht. Momentan sind er gegner. Vielleicht war der dort zu tot, der Wächter dort, der Kugelische. Und dann hat sich kein anderer heruntergetraut. Und dann ist das Tentakelwesen sowieso nicht. Ost, ja. Osten nichts Neues. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ich wäre jetzt aber... Klasse, oder? Oje, oje, oje. Oje, ich mache so wieder. Ich mache... Ich kate hier und dann steige ich einfach nicht den Weg wieder hin. Falls ich ihn finde. Ich weiß es nicht, aber... Du musst halt auf alles achten. Ja, was soll ich? Na ja. Oje, alles klar. So, das sind wir wieder, ne? Die Runo, oder was das sein soll, das haben wir auch gesammelt. Ja. Und sind nicht runtergefallen. Guck halt mal, was da noch los ist. Aha. Ja. Noch eine Seele. Pass bloß auf, dass da jetzt nicht noch so ein Ding ist. So eine Falle, oder? So ein Stück aus dem Boden rausgebrochen. Du musst jetzt gleich wieder hinkommen, da vorne. Ist da noch eine Seele irgendwo? Heute siehst du aber auch, da ist noch eine. Ja, lass doch, scheiße, da ist nichts drin. Da. Okay, pass auf. Da bin ich abgestürzt, ja. Jetzt müsst ihr dann... Da geht es auf jeden Fall nicht nach unten. Wir müssen ganz unten sein. E1 ist unten für mich. Da. Was ist das? Aha. Langsam, langsam, langsam. E1 ist unten für mich. Ja. Keine Ahnung, hängt da noch irgendwo ein Schlüsselbund rum? Jetzt geht sie aber auch wieder nach oben, oder? Du stirbst ihnen natürlich alle Markierungen wieder weg. Da, warte mal. Es scheint verschlossen. Aha. Zu scheiße, was du Schlüssel brauchst. Ja, mein Gott, nein. Man kann es auch übertreiben, oder? da hängt nichts so müssen wir da oder war da mal liegt da hängt was irgendwo habe ich was übersehen da hängt nur das schild im moment da war schon noch gar nicht da liegt was doch da weiter da rollen mopske lecker durch das bloß übersehen mit wenn lotus also da war doch nicht noch mal irgendwo an der wand ein schlüssel anhänger oder so was ok aber ich noch mal klappe ich das nicht ab wenn es so jetzt nicht weitergeht oder so irgendwie dann scheiße schuft den hoffnungskerker will ich ach nee was ist denn jetzt kaputt sieht so aus wie wenn man ja da komm mal da kommt strona was waren das jetzt war das ein post oder was oder irgend so was ähnliches zumindest ja wenn du unten bist was ach du kannst schluder sammeln ok scheinbar da kommst du ja du kommst doch da aber nicht mehr hoch wieviel selahmann das ist doch scheißegal wieviel selahmann das ist doch wurscht ich gehe jetzt doch mal hier auch scheiße da kommen wir hoch wieder ok aber nicht drüber das geländer ok langsam mach langsam keine überraschung erleb ich schaffst du das ich weiß es nicht ich bin mir nicht sicher Quecksilberrapier ja und wie komme ich da jetzt wieder neu ja gut jetzt bleiben wir mal unten muss ich doch wieder hoch kommen schon haha da halt ne ahja ok aber da ist nix ne naja da ist nix Quicksil so hoffnungskerker aufseherschlüssel 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 was soll denn das sei davon überhaupt genau guck mal und wenn dann du unten bist kommst du dann da außer rum wieder ah ok waren wir langsam nicht 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 die schwerer jetzt ach du scheiße ein augenstein ok ok langsam ganz langsam ok doch hoch und da vorne war war irgendwo stück raus geschnitten extra fertig so jetzt was musst du noch andere schilder bei ich habe ich habe nicht das doch alles nicht so schwer bieten die uns schutz warte mal die wohl leuchten könnten schutzpäder aber nicht alle schon ein paar oi 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 do you drecksteen aber ich freunde dumm sich immer steigt doch mal los du holen aus du sollst doch nicht im dreck rum will sie das war ein drück schluss war so durch das gemein du konntest du einfach so durchlatschen ich muss ja an das ding trägst du hinkommen wenn es umgekehrt ist dass es die sinn wo das ist ja ich bleibe liegen bleibt doch noch eine viertel stunde liegen also freunde ich will sagen dass das schaffe ich nicht gibt es dann auch noch weg irgendwo das sieht nicht so aus das schafft man gerade rüber mein gut naja jetzt ist eine scheibe habe ich da was übersehen irgendwo so kann ich ja nicht durch jetzt hört er auf doch mal ja ich konnte ich konnte nicht doch doch wieso konnte ich da jetzt nicht drüber wieso konnte ich doch ob sie auch gut scheiße wer bloß machen wir doch nicht so ich habe mir dann nicht immer so ein schreck ja das muss doch da an weggeben irgendwie okay also weiß ich nicht was aber jetzt fand schlüssel kriegt jetzt gehen wir mal so da waren ja noch verschlossene türen jetzt gehen wir mal zurück wesentlich doch hier kommen ist mir egal jetzt gehen wir mal zurück und haben wir noch verschlossene türe kappt na und wo sind wir da jetzt herkommen und nicht irgendwo der roi gelatscht doch ja hier war doch irgendwo hat er nicht irgendwo verschlossene türe da bloß nicht irgendwie da auch so meine jetzt das immer außen rum dann rolle baldo mal do ich habe mich schon wieder auf der schlüssel da war noch eine machen wir langsam ganz langsam muss bischen jetzt aufseherquartier was ich gehe mal durch deckung gelust du jetzt abzunibbeln und daher oder was macht er denn ich sehe ihn gar nicht mehr wo ist er dann hier dreht er schon wieder um er hat er doch auf mit dem scheiß du tust den an nur noch da ist er wieder der dreht er der dreht net er läuft so stückchen das ist was freie fällt mensch was ist denn hier los wo sie man da auch nicht überhaupt kein überblick überhaupt kein durchblick das kann man kann aber erzählt dass es normal ist gerade mal ist eine tür so etwas ähnliches zumindest das war die andere tür oder was konnte soll man dann wäre möglich gehen wir von dem aus dass das so ist dann gehen wir zurück gehen wir zurück da haben wir zwei treppe abgänge da liegen gerade der tote das ist bus oder haben wir schon wieder ein bus mit bräuchten ein dinge keilstein das gibt es nur noch ein bus warte mal da ist auch eine tür ne das ist keine tür warte mal was ist denn das so ach gut da liegt ja auch noch loot ach so hallo moment ne lang so das ist doch der aufenthaltsraum der freie platz wo die mittagspause gemacht haben oder net und das ist doch oder net da geht es doch noch ohne ach du scheiße boss ne was im luft jetzt gehe ich gerade mal kurz zu hoch ob das stimmt was ich sah oder ob das jetzt geträumt war geträumt war geträumt nachts geträumt ach du scheiße freunde wo geht es denn jetzt im leben geht es da jetzt nicht geht es raus vielleicht ja also das wird jetzt nichts mehr mit ach doch das auto vollmond das hört man doch von oben gesehen oder ja aber das sind wir nicht bei dem da müssen wir doch durch das durch den nebel schreiten man um es und stoke für nette wäscht sowieso hoch müssen da könnte man das mehr wenn der dem dem pfeil dem teil wo die pfeile verschiedene sind wie man das nennen soll doch doch da ist es das ist das ding wird uns behakt fuck herr was wir waren jetzt der ober oder das ist der hat ja keiner der den hebel wieder sieht nicht so aus das sind zwei gänge okay wir gehen der lute oder aber der überwesendlich der trocken dann bestimmt aber doch kommt man jetzt mal zu das ding jetzt die beten der schwester oh ja da gibt es fehler von da kommen wir bischen ring der listigen ratte was ist der zähler ja angesehen erhält immer augenstein die fema augenstein ja wo heißt das am ring der listigen ratte doch was macht er sieht gut aus ja das stimmt ein einfacher mit dem siegel eines kleinen tiers gravierter goldring erhöht die angriffskraft wenn die treffer punkte treffer punkte unter 30 prozent sinken das ist nicht schlechter unter 30 prozent was habe ich drin ich habe noch den gift drin drin konnte soll machen wir denn neu vielleicht hilft es okay das wäre jetzt soweit okay oder oder andere ich weiß nicht wie ich da hier kommen soll ja jetzt ist die frage seht ihr jetzt keine möglichkeit oder von da oben vielleicht über das geländer und wie kommst du hier jetzt gehen wir mal wir sind ja da links raus jetzt gehen wir mal da nach oben hier für die neuer gehen wir mal wo hast du durch die türen vielleicht unter einer zeit scheiße muss man das immer so groß machen mensch du machst du das ist er mit die seiten immer die andere seite was machen wir da sucht das nicht runter falsch das überlebt nicht da ist ja das tor oder nicht irgendwo durch das tor was machen wir hier manchmal durch die ist zu die ist offen und da steht einer das ist der haus mensch ich weiß es nicht aber guck ob da ein schlüssel hängt das ist nicht was macht denn der das ist ein freund oder ja das muss gemacht werden muss er muss das heft in die hand nehmen hoffnungskerker spezial schlüssel aha okay dann müssen wir zurück das sind wege ich kann euch das ist da ist eltern ring ist am eltern ring ist ja eltern ring ist eltern ring ja genau nicht ich wollte es nicht einfach sagen aber eltern ist ist bequem dagegen pferd und alles mögliche kurze wege und hier mein lieber mann ich konnte sagen jetzt muss den ganzen weg da also rum scheiße und auf der anderen zeit wieder silberne so ja und was Okay, was auf. Ich denke, da hängt bestimmt auch noch ein Schlüssel. Vorsicht, da ist keiner. Verlassen. Was ist das, eine Kirche, oder? Silberfokus, ja. Hose des Kaiserlichen Spions, aha, der Kaiserliche Spion, der war auch da, zeige mal. Ach, das sind die, das ist das, das ist das, das sind sie, ne? Blutung, Giftresistenz ist hoch. Feuer und Magie geht, ne? Ja, jetzt haben wir die Gräberrüstung noch an. Die ist auch luftig, leicht. Warte mal, was da noch ein Schlüssel kommt? Da kann man nicht so leicht in schwitzen. Die transportiert hat die Schweiß relativ schnell nach außen. So eine Art Sympathex-Material, wenn ich recht gesehen habe. Jetzt wieder da unten und dann da hinten durch das große Tor. Okay, dann probieren wir unser Glück und das nicht aufgeht und dann... Ich brauche keine Ahnung. Da hat wieder ein Boss dahinterhauge, ja? Das wird der Eugang zu der Kathedrale sein. Oh, was denn das? Hallo? Weg! Geh weg! Lass dich nicht... Erkrankt? Wer ist denn erkrankt? Du oder ich? Wo ist das jetzt herkommen, das Mädchen? Was haben wir dann? Ah, zwei Augensteine, Mundlichtsteinkolumpen und Schwarz Augensteine. Gott, der Leiter darfst du nirgends... Also, Gedankenverlore... Was ist denn jetzt kaputt? Gedenkenverlore darfst du nicht durch die Gegend latschen. Ich hab die überhaupt nicht kümmer sehen, ja? Mensch! Oh je, aber was habe ich gesagt? Boss, wieviel habe ich, ne? Wieviel ohne? Ja gut, du kannst nicht zurückreisen, kannst nix machen. Das Drecksding geht wahrscheinlich auch wieder auf. Wir machen mal, wir gehen mal neu, mal gucken, wer das überhaupt ist und wenn wir halt abnibbeln, dann halt mal, du musst erstmal was trinken, gell? Was sind denn da, die da sind die großen? Was haben die Stoffe ausgerüstet wieder? Oh je, oh je. Wir gehen mal neu, wir können nicht viel passieren. Oh je, oh je. Götzenbild ist das, ne? Ja, was machen wir da jetzt? Und dann gehen wir wieder raus. Altes Gewürz, Götzenbild. Sind das jetzt unser Gegner da? Oder was ist denn da los wieder? Was steht denn da? Was denn schon wieder? Hört das denn nie auf? Hä? Ich hau mal auf so einer drauf. Nein, das hängt nicht mit dem Sommer. Wär zu einfach, ne? Schildpämmer vielleicht. Müssen wir vor oder kommen die her? Momentan durchschau ich gar nicht. Kann man vielleicht auch nur mit der Rede? Da wäre doch kein Parkett oder? Achtung! Weg! Pass auf! Ach Gott! Gleich zwei! Ne drei! Achso! Geht's ja noch. Okay, Freunde. Ah! Ja gut, okay. Was soll. Du hättest mich mit zwei Schlägen weghauen müssen, dann... Ajo, was sind wir dann? Wir sind doch wieder am Anfang. Ajo, klar. Okay, ich mach einen Cut. Ja. Ich wurschel mich halt durch und dann steigen wir wieder heu. Okay? Okay, dann macht's ja bis dann!